jetzt hab ich noch warte mal so Sack Du spielst am Sack 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 Ja, du spielst am Sack 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 Warum ist hier bei Kuhle da gewesen? Kuhle, Kuhle, Kuhle Ich kann nicht wissen Kuhle, Kuhle, Kuhle Eins Drei Vier Fünf Sechs Sieben Acht Neun Zehn Was passt jetzt? Eins Eins Zwei Fünf Sechs Sieben Acht Neun Zehn Zwanzig 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 Hundert Ganz hoff ich hab mich nur zwei reingefahnt haben Schön Ja das hab ich Ja auf jeden Fall hab ich das fein gemacht Egal Die Erspitzer konnten Gibt Gas Gibt Gas Gibt Gas Gibt Gas Gibt Gas Gibt Gas, gibt Gas, wir haben Spaß Wir haben Spaß Sack Scheiß drauf ich mache jetzt mal gleich oben nur unendliche wasserquelle nervig wenn wir runter muss dann sonst macht ihr vier eimer oder so was hat er schon so hingestellt dunkel ich habe doch irgendwo wasser ich rein springen kann der weg ist nur um hier so so hin kann ich hier hin tut mir leid beherrscht dich doch bar ist über so hier kommen die monster runters stehen die da die stehen hier so dann bräuchten schlagen meine unendliche wasserquelle habe ich schon ob ich hier das 1 1 zu lang naja passiert sondern hier so dann 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 unten ja das ist doch so sieht es doch gut aus ja so einfach doch bei mir sieht es aus sagt das ist so einfach ja das war ja auch weil das stimmt ach du faggot du bist ein faggot nein du 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 faggot du bist ein faggot faggot 1 4 5 6 8 9 zack machen wir das einseitig so fertig ach so fertig weiter macht dann bin ich ganz schön fertig denke ich mir gerade aber ich überad Post dann schon wieder eine witz was ich Amber good chancellor fand das ist so bräuchte ich kein nahe ich übertreibs wieder und nichts übertreiben er ist auch richtig gar nicht ne du meinst du mir ja ist ja richtig aber nicht doch nein nein tut mir aber leid nicht doch nicht servus das glättig definitiv doch nicht ich nein so dass wir ja so ich glaube so ist ich habe kaum noch kartoffeln Eier und die nun noch mal hier hin 1 Kumpelschkis 5 6 7 8 9 8 ja trinken wir recht ja und schickte das war ganz ehrlich wenn stürzt Mich nicht. Mich nicht. Mich auch nicht. Mich stürzt auch nicht. Und wen stürzt, darf gehen. Oder Centos. Alter, in der Kiste hab ich noch Ofen-Kartoffeln. Alter, wie viel Stacks. Sechs Stacks und viel goldene Äpfel. Ja. Aber die normalen wollen den Äpfel nicht. Die Hardcore. Mhm. Hab ich gar nicht mehr dran gedacht, dass die da noch sind. Schlecht? Einfach nur schlecht? Was ist los hier? Halper, halper. Halper, halper, Flachwitz. Oh, Creeper, Creeper, Skelette, Skelette. Oh, Creeper, Creeper, Skelette, Skelette. Richtig, ich weiß noch nicht gleich mal. Was? Mal rand die Säule hinbauen, zum hochkommen. Hä, warum? Ach so. Ja, weil ich das so blöd platziert hab, deswegen. Kann ich ja ganz schnell abbauen, die Leitern einfach mal den Tunnel weg machen. Ach ja, ihr Creeper. Warum seid ihr eigentlich so viele hier? Und die dich ganz doll lieb haben. Oh ja. Wir wollen nicht mit in die Luft sprengen. Hm, ich merk's. Wir wollen nicht mitnehmen. Auf ne Reise der Explosionen. Eine explosive Reise, ne? Wir fahren. Ach ne, das war ja mit LSD. So bescheuert. Das gehört aus der Gesäule mit Farben. Ja. Mit Farben? Ach ja. Aber es gibt hier einen Spaß, das alles nur auszuleuchten. Nein, Kinder, ihr sollt keine LSD nehmen. Und keine Drogen. Drogen sind scheiße. Gut, man sollte auch mit Centus nicht spielen, weil Drogen sind sowieso kacke, ne? Wieso? Weil Centus ist einfach... Centus ist bekloppt. Na, du auch. Ja. Weil Centus bringt einem zur Gefahr, bescheuert zu werden. Ja, tu mich auch. Du kannst mich mal echt. Alkohol ist auch schlecht. Macht das nie. Trinkt nie Alkohol. Seid anständig. Scheiße. Alkohol ist kacke. Geht alle in die Kirche. Ja. Genau. Ach komm, Skelett verreckt doch in der Hölle, Mensch. Du bist ein stupides Mistviech, ey. Kack drauf. Ich geh gleich mit dir beten. Und zwar in eine andere Form. Nö, du bist voll in den Arsch tritzt. Haha. Ich schieb dann gleich mal in die Achschwert rein. Nee. Sowas sagt man noch nicht. Jetzt gucken Kinder zu. Ja und? Soll das halt jemand sperren? Soll ich jetzt FSK 18 hinter jedem Video machen oder was? Ja. Mach ich das mal. Nein. Selbst bei Minecraft FSK 18. Haha. Ja. Seit heute ja. Ich rede jetzt noch über Pornos und Drogen und Alkohol. Pornos? Pornos. 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 Nein, nein, nein. Ja genau. Das nein, nein, nein habe ich gerade auch. Das nein Gefühl habe ich gerade auch. Zwei Herzen. Ich habe gerade ein nein gefühlt Skelett. Das war sowas von. Das war sowas von Knapp eben. Das war sowas von Knapp eben. Das war sowas von Knapp. Oh ja. Ich habe noch drei Herzen. Egal. Ich bin mir nicht gerade abgestürzt bei den Leiter hochklettern. Wie? Das ist natürlich scheiße. Hätte ich jetzt gesagt, ich werde sterben. Tschüss. Ja tschüss. 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 Tschüss tschüss. Tschüss tschüss. Tschüss tschüss. Scheiß drauf. Scheiß drauf. Scheiß drauf. Boah nee. Warum? Zu Hölle. Also nicht. Warum zu Hölle. Oh. Nice. Weil die Hölle Hölle. Hölle Hölle Hölle. Sagt Hölle Hölle Hölle. Hölle. Hölle Hölle. Hölle Hölle. Warum nice? Weil gerade die Witch sich selber mit dem Trank verarscht hat. Achso. Ich hab gerade gesehen ich hab Shader Schmied aus. Wies du was. Das Skelett kämpft gegen den Shader. Das Skelett kämpft gegen den Shader. Ich mach mal den anderen Shader an Shader. Ich dachte der ist so dunkel. Wenn das dunkel ist ja. So du wechselst jetzt oder was? Immer. Oh nö. So. Da ist nochmal Erfahrungspunkt. Komm her. Ha ha creeper. Wie kann man in den Kaktus rein laufen? Keine Ahnung. Und der hatte glaub ich nur noch ein Herz oder so. Direkt gestorben. Oh ja. Monster kommt mir her. Zack 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 zack. Spinnen und. Ja komm. Spinnen alle nämlich. Wie du ne? So. Weil ich merk echt ich brauch ne bessere Karten. Fight. 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 YOLO. 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 Aber sowas von. Nö. Ich hab. Wo ich geschnitten hab hab ich das mitgekriegt wo du es gesagt hast. YOLO. Ohohoho. Ey ich ist geschnitten. Ja. Borderlands. Oh ja. Ist geil ne? Ja. Geil. Und das wird nicht noch. Nicht noch das letzte mal sein dass ich YOLO gesagt habe. Bei Borderlands. Es wird dunkel. Es wird der YOLO. Das ist der YOLO Modus dann. Ja. Findest du? Ja. Borderlands ist schon einfach. Geil. Geiles Spiel. Aber spielts halt zum dritten mal durch. Genau wie Downstar. Oh nein. Ne. Ok doch. Nein schon wieder Kripper. Wird doch mal dunkel. Ich will schlafen. Wie ich durchsehen bin einfach nur mitfallen. Wenn ich am Baum bin baue ich grad keinen Tag. Na keine Nacht. Wenn ich am Baum bin ne. Wenn ich am Baum bin hab ich vielleicht. Du hast gesagt wenn ich ein Baum wär. Nein hab ich nicht. Doch. Nein. Heißt Paul. Boah ich riech schon wieder ne Witch. Ich will wieder hochklettern die Leiter. Haha. Na ja so extrem hoch ist es übrigens nicht. War das Ding ist fast fertig. Ich mach. Du musst jede Kunst ausnutzen um Level zu bekommen. Ja ja. Wie gesagt ich bin fast fertig. Bin ich ganz fleißig am Baum. Deswegen überspringe ich auch den Tag. Da hole ich mir wenigstens meine Erfahrungspunkte noch. Nein. Ey. Ich mein die Nacht überspringe ich. Hehehe. Nein nein. Brauch nicht. Brauch nicht machen. Lalalalalala. Tip 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 tip. Und wann wolltest du dein Wissersporn? Wenn ich noch nen Kopf habe. Oh. Egal. Das werde ich noch. Das kriege ich noch hin. Ja. Selbst wenn das 200 Folgen dauert hier. Ja. Ja. Ja was denn? Mittlerweile ne. Ich glaube. 100. Was haben wir denn? 120 oder so. Nein. Das ist übertrieben gerade. Ne. Das ist nicht übertrieben. Doch. Das ist übertrieben. Weil. Ich meine ich hab die letzte Folge ist 100. Die ist über 100 schon. Die ist über 117 oder so. Nein. 108 war die letzte. 100%ig. Äh. 113. Wieso 113? Ich habe 113. 108. Ich habe 113. Ich hab 108. Ich habe 113. Ach laber nicht. Oder 112. Auf jeden Fall habe ich. Du hattest immer weniger als ich. Ja. Das kommt davon. Äh. Meine sind immer zwischen 14, 15, 16 Minuten. Aha. Wir haben Sparks genau so. Genau gleich lang. Ne. Ach ne. Nicht mehr. Und ja. Da war ja was. Da war ja was. Ja. Die siehst du. Nehmen wir die ganze Zeit am Stück auf. Ja. Ein Eimer habe ich. Habe ich den. Fast runtergelaufen. Warum bist du denn nicht gestorben? Ach f*** dich. Du kannst mich mal. Obwohl zwei Eimer reichen. Ja. Und ja. Nicht weiter. Ein bisschen runterstellen. Dass ich 30 FPS habe. Und dass ich Minecraft stieß. Yeah. Wieso nicht. Leck mich doch. Ja. Schon scheiße gelaufen. Ne. Mindergängiger. Naja. Liederstelle. Naja. Der startet wirklich schnell. Ja. Ist ja nochmal ein normales Minecraft. Ja. Wenn es ja trotzdem mit ein paar Mots. Aber es stattet trotzdem schnell. Ja. Ist ja nicht das Projekt. So da bin ich wieder. Da hat mir Minecraft mal wieder abgekackt. Warum auch immer gerade. Weil du bist deswegen. Oh. Oh. was in dieser reingeguckt verdammt hell gewesen nimmt wo ich denn noch ich glaube ich habe die gar nicht mehr doch ich hab noch schleim bälle jawohl kann ich das nicht machen nur kleinst